So, Bindungen. So, haben wir alles fertig. So, da haben wir jetzt das fünfte Date mit hier. Und wir waren fertig. Aber hier, wer ist schon bei 97? Ja, er muss noch ein bisschen steigen, ne? Und hier fehlt auch irgendwie noch irgendwas. Muss man jetzt mal die Zahl weitermachen. Sind alle betrunken wieder? Okay. Interessant. So, wie, mal speichern wir mal, ne? So. So, haben wir den hier. War schon nur Spielzeit über 90 Stunden. Ich hatte das auch gesagt, was hab ich gesagt, wenn wir über 100 Stunden Spielzeit hatten wir jetzt schon. Ich glaube, 100, mit der jetzt also 103, glaube ich, oder so. 104, 105. Schon ordentlich. Aber ich hatte eben die Screenside, also hier Zwischensequenzen noch mit Zählen, das Spiel ja eben nicht. Ich hatte das, was ich gesagt habe. Ich bin der Komi-Jürg, der Komi-Jürg, der Komi-Jürg. Ich bin der Komi-Jürg, der Komi-Jürg. Ich bin der Komi-Jürg, der Komi-Jürg, der Komi-Jürg. Ich bin der Komi-Jürg, der Komi-Jürg. Ich bin der Komi-Jürg. Ich bin der Komi-Jürg, der Komi-Jürg. Ich bin der Komi-Jürg, der Komi-Jürg. Ich bin der Komi-Jürg, der Komi-Jürg. Ich bin der Komi-Jürg. Ich bin der Komi-Jürg. Ich bin der Komi-Jürg, der Komi-Jürg. Ich bin 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 der Komi-Jürg. Und ich bin der Komi-Jürg. Ich bin der Komi-Jürg. Sie kann ihn nicht erkennen. Okay. Sohann Chor. Sohann Chor. Sohann Chor. Sohann Chor. Sohann Chor. Sohann Chor. Okay, sohann Chor. Well, ich bin hier. Ich bin, du bist! Ich bin immer von, Schnee. Ich bin sohann. Was ist der Schuss? Oh, Mann! Oh, der Mann! Oh, come on! Das war's. Das war's. Das war's. Ich habe das nicht mehr. Ich bin einig. Ich bin einig. Tschüss! Ich bin zwar der Fäschig, sollte sie wissen, wer es ist, ne? Oh, kurz. Und noch mal so viel Geld. Die Technik ist umgegangen. Gerissen. Und Killer in allen haben wir bekommen, okay? M-Massaka... ...könne Jatzlein... ...könne Sohanchol... ...könne Jatzlein. Ich habe mich noch nicht die Situation! Ich würde mich nicht verdogen und mich aber nicht aufhören... ...von Wissen wird. Aber wenn ich die Wissen an Bremsen lasse, so dass du sie freiwillig den Anfänger an segnen Menschen anstlich, ...kannung auf dem Schiff zu stellen. Ich habe mich noch nicht auf das Verstehen. Aber duiff aus dem Glutland, was ich nicht. ...Könne ... ...ich hast du in die Situation, für mich. Ich habe mich verletzt. Das war's doch. Sie muss es wissen. Das war's doch. 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 Das war's. 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 nicht eingebunden hat, sonst hätte ich die auch noch nicht bekommen, schon, na gut, so, einfach mal mitnehmen, so, haben wir denn, ich wette, wir haben wieder nichts Neues bekommen, oder, oh, jetzt habe ich alles geklappt, oh, das ist tatsächlich neu, das ist auch neu, das ist auch neu, das ist egal, aha, das ist auch neu, oh, wir haben noch ein paar neue T-Shirts bekommen, jetzt ist das Spiel zwischen 7 und 8 gewesen, oh, cool, hier ist wahrscheinlich nichts Neues dazubekommen, oder, jetzt haben wir wirklich was Neues dazubekommen, das finde ich auch gut, aber der Anzug steht ihm eigentlich auch ganz gut, finde ich, Gehen wir in den alten Style, so, 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 da sind wir schon da, und dann kann es Tag werden, dann haben wir wahrscheinlich noch mehr zu tun, kann ich mir gut vorstellen, aber alles, kein Problem, so, dann wollen wir mal, hello, 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 so, 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 okay, was hat sie, ja, das ist sowas nicht unter, äh, nicht, äh, versetzt wird, Kiru-san, kann jetzt mal noch nehmen, Questus ist angezeigt, okay, Kiru-san, äh, wir, wenn wir uns, äh, Savas, Shiro und Ebina treffen wollen, müssen wir ein Taxi nehmen, wir wollen zum Büro der Seiru-Clans, ich kann dir den Weg zeigen, okay, da haben wir noch was schönes hier, und, im Finale mit einem Number haben wir noch, hier haben wir das Finale mit Zeit, und hier ist sogar auch noch was jetzt, okay, und hier ist auch noch was, okay, also eins, zwei, drei, hier sagt man es jetzt, richtig, gut, wir können mal mit dem Taxi fahren, zack, erledigen wir die Sachen auch noch mal eben schnell, ups, Entschuldigung, so, so, hier ist mein Lieblingsplatz, und, so, hier ist mein Lieblingsplatz, und, hier ist mein Lieblingsplatz, so, hier ist mein Lieblingsplatz, hier ist mein Lieblingsplatz, hier ist mein Lieblingsplatz, also das, hier ist mein Lieblingsplatz, hier ist mein Lieblingsplatz, aber ich habe, das war eine Leitungen, hier ist mein Lieblingsplatz, Aber ich liebe dich hier. Ich habe mich mit dem ersten Mal gesehen. Ich wollte dich hier mit Kiryu sprechen. Was ist das? Wollen wir, wenn du dich anst. Ich hätte sehr gerne den Kielo um dich anst. Und dann würde ich jeden Tag ein bisschen mehr bemerken. Und ich würde mich, die Lauf aber noch mal anst. Nächster Linie, du kannst du dir anst. Ich werde dir, irgendwann, dann, wie du meinen Lieben zu zeigst. Du kannst du meinen Lieben zu erzählen? Ja, ich finde, du kannst mich auch sehr interessiert. Aber ich freue mich. Ja, das war's. Ich habe auch noch einen Film gemacht. Ich habe auch noch einen Film gemacht. Es ist ein Film gemacht. Aber es ist gut. Danke schön. Ich wünsche dir auch noch mal, Kiryu. Was ist das? Oh! Das ist auch ein Nummer. Ich habe mich geholfen. Was heißt das Ichiban Praline? Jetzt verstehe ich jetzt nicht Tschüss Was sollen wir die Leute zum Muck glättern? Deswegen verstehe ich das gar nicht so wirklich Ungeheitert So Ich meine wird noch keine Zwei Könige haben wir noch 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 Wie kommst du vor Das ist Severn sehr gute Bar aber mit In der Serana kann es nicht mithalten Ich habe es hier letztens mal ein bisschen übertrieben und gesungen wie ein Wahnsinniger Ja dann wird es gut dran Aber nicht gut Ich sollte mich bei Number und den anderen bedeuten Dass ich das hier mal wieder mit mir abhängen Aber Kuroko bleibt ein Mysterium für mich Ganz anders als wenn man durch einen Kampf oder durch ein paar Schläge im Battle Cage zu schützen kommt Das ist auch anstrengend Aber auch angenehme Auf angenehme Weise Am faszinierendsten ist Wie die gewaltigen Die gewählten Songs Einblick in den War ein Charakter von jemandem gibt Ja letztes Mal war ich ja Der einzige der gesagt Halt Bis zum Beispiel muss ich drauf achten Das die anderen Ob für Was die anderen für Songs nehmen Guck mal haben wir die Seite fertig Sehr schön Haben wir tatsächlich mal eine Seite fertig Nebens links haben wir immer noch nicht So dann haben wir hier noch 5 Sachen Hier sind ja auch noch jede Menge Sachen Und Kumrocho ist ja auch noch voll Schau mal Kumrocho könnten wir auch noch gehen ne So hier war jetzt nix mehr ne Hier unten Außer auch hier das Liebsting stimmt Liebsting anführungszeichen Liebsting ne Hier ist sonst nix Da ist sonst nix Nur hier Dann gehen wir hier hin Kümmern wir uns nochmal mit einem König Mombis wendet dann den einen da Der richtig krass scheinbar ist Wo ist das Mombi hier Kling die da aufs Maul von mir So Wir speichern nochmal eben schnell Zack zack Was ist das mit ihr hier Oh Gott ich kann nicht schnunk Das ist ja kacke Hey Duda Weißt du wer ich bin? Dachte ich mit äh Stimmt ok Ein bekannter Streamer und Pro Gamer Letzten Monat sogar auf dem Cover eines Magazins Weiß ich muss noch gründer werden Ok Kleiner eingeblätter Junge oder oder? So So Was haben wir denn hier Oh Alle sind vergiftet Nice Zwei schlafen sogar Na gut Dann machen wir den Auf ihn Ich mach diese Animation Ich mach diese Animation Ja hast doch schon Angst Alter Schwede Die sind auch immer ziemlich krass Schön wäre wenn ich ihn da noch reinschieben könnte Schön wäre wenn ich ihn da noch reinschieben könnte Schön wäre wenn ich ihn da noch reinschieben könnte Immer werden ja Wenn ich ihn da noch reinschieben könnte Geht Eischön dass sie fängt Ja Ja Ha Hallo He Ha Ha Okay, süß war's Warte mal, wir haben gegenstehend, oder? Status Warte, wie war das hier? 100 MP für alle, ne? Vor allem alle Effekte Oh, ich hab gehört ihr wollt den Dach noch mal haben, oder? Na, geht den Dach noch mal So, und hier wollt ihr den Pyro machen Unschürzt Ich bin ja irgendwie, irgendwie packst du die Klamotten zu ihm, ich weiß auch nicht warum So, jetzt hat er irgendwie Heilskills Ach, er lebt, er lebt mal einen Verbindeten wieder, okay Okay So, brennender Schlag Dann haben wir auch noch den Pyro rein Oder halt auch nicht Okay Oh, was hast du denn soo Was ist dagegen resistent? Oh, wo wär's trotzdem da aus? Oh, da wird echt nicht geblieben Schade Dann schmeckt man einen brennenden Pfeil So Oh, komm mal, wir prüft zuschlagen So Oh, ähm So Oh, ähm Sie hat nix besonderes, okay, muss sie Wann soll sie mal heilen? Und nimm den hier einmal für dich oder muss ja, aber jetzt auch nicht gut, ist stark da kriegst du mal einen anderen Pfeil ab sehr schön ja, die waren auch nicht leicht oh, Level ab, wir waren 50er ach, ich hatte ja auch noch, stimmt ich hätte auch die ganze Zeit noch einen Dingsum zu rufen können, ne? ein Pond-Mater, upsie